Die Franzosen und auch in der Heimat bei den Weltmeisterschaften 2013 war sie mittlerweile Dieter Maricou, auch da Mitglied der Mannschaft, auch da waren die Franzosen am Ende 8. A very successful season for Dieter Maricou, a very successful season 2017 and very fast in obstacle number one, give her a big hand. Und sie brauchte 62,7 Sekunden in Hindernis 1, Letizia Maricou aus Frankreich. She starts the marathon with a time of 62,7 seconds in obstacle one, Letizia Maricou from France. Und im Ziel aus Großbritannien, Rosanna Walter-Simmons. Gesamtpunkte im Marathon 100,82 Punkte, insgesamt damit nach Ressort Marathon 163,65 Punkte. Momentan, zweiter Platz, die Intervangel-Schafer für Rosanna Walter-Simmons. She finishes Rosanna Walter-Simmons from Great Britain.